Nur wenn er angemeldet ist, dir Kostüme abholen, ne? Nur so nebenbei. Okay. Und auch Kudos und Kronen und... Gibt alles kostenlos. Wenn man Twitch Prime hat. Ich hab kein Twitch Prime. Ah, also müssen wir da laufen. Ja. Easy peasy. Easy peasy. Wollen wir mal gucken. Dim, 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 dim. Renne zu der Zählinie. Ist ja auch da vorne. Perfekt. Ich seh nichts, ihr Passerlacken. Ey, das ist ein Käse. Ach, da sind jetzt so Dinger eingebaut. Das ist ja kacke. Toll. Lass mich los. Lass mich los. Lass mich los, du Arschgeige. Die Inder, diese Passerlacken. Nein. Oh. Toll, das musste ich unten rum. Was mich festgehalten hat. Da war die Kante. Spring. Das hat nicht gekloppt. Ich wollte den Hammer nehmen. Ah, nein. Ich bin durch. Ich bin im Ziel. Nein. Ich bin aus. Weg da. Ah. Die ist nicht Papst. Ich bin weg. Ich wollte krass sagen. Ach, 30. Du hast es nicht geschafft. Nö. Ganz knapp. Zwei vor mir. Du müsstest ja noch gesehen haben, wie ich den Ball ins Gesicht gekriegt habe. Nö. 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 Scheiße. Meine Flasche umgeschmissen. Ja, cool. Nö. 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 Gib mir was vernünftig. Boah, wie lange gedauert hat denn hier heute wieder? Oh, ne. Jetzt laufen wieder. Ach, das. Das ist aber nicht draufbleiben, das ist Rennen, okay. Ja. Mhm. Easy. Aber draufbleiben ist auch easy. Ja, okay. Also zumindest zwingend hier. Mhm. Hallo? Oh, jetzt starte ich von ganz links oder was? Weil's auch nicht. Was was ist heute denn für eine scheisse? Nein, 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 nein. Ha, lol. Gott. Die Muffin klingt ganz komisch. Ja, der klingt echt komisch. Ich los, du Paternacken. Nein! Du bist schon zensiert. Nein! Scheiße! Nein! Oh, lol! Warum ist mein Ton immer wieder weg? Ich weiß nicht. Nein! 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 Ach, verdammte Kacke! Nein, nein, nein! Ach, Mann ey! Immer diese Löcher! Wird die erfunden! Sechs sind schon im Ziel! Sechs sind schon im Ziel! Neun! Papst wird's wohl schaffen! Nein! Nein, nein, nein! Oh, fuß! Der fliegt auch runter! Ja! Ja, ich wollte... Ja, ich hab's gesagt. Diven! Lass mich los! Du gestörter Penner! Los! Na! Wie war der nochmal Diven? Ach, verdammte Kacke! Diven, ja! Gute Frage! Einen von diesen Knöpfen! Noch 28! Du schaffst das! Wir glauben an dich! Hm! Wenn jetzt gleich alle versagen, ja! Ach, der Kacke! Oh, oh! Wandsturm! Cool! Gut, dass ich da raus bin! Gut, dass ich da raus bin! Das ist doch auch easy! Das ist doch auch easy! Mhm! Dürfst du gern wie Rolf, ey! Hä? Von der Soundqualität! Ah, okay! Danke! Man spiel läuft aber einwandfrei! Der Ton, der weg ist! Oh, oh! Vielleicht ist es leer? Keine Ahnung! Ja, wenn du mir mal sagen würdest, wo du schon mein Kabel hingeschleppt hast! Ich rede mit dir! Na, weiß ich doch nicht mehr! Du lädst damit deine E-Zigarette auf! Ja, und? Ja! Das ist doch nicht mehr! Willst du mich verarschen? Ja! Toll! Ach, man kann sich auch noch da hochziehen! Natürlich! Was geht denn da ab? Ich schieb die alle runter! Ah! Schlepp mein Kabel weg und ruhig in der Ruhe! Scheiße! Das reicht jetzt nicht mehr! Na, das... Jetzt weiß ich wieder, warum ich das nie geschafft hab! Ja! Runde beim Eingled! Plung, 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 Plung! Plung, plung, plung! Levelaufstieg! Nice!